Du bekommst vom Fliegenpilz absolut keinen Kater. Auch in hohen Dosen, ich selber habe schon 8 Gramm getrocknete Fliegenpilzhüte auf leeren Magen konsumiert, hatte davon eine wunderbare Bewusstseinserweiterung. Am nächsten Tag, ich habe mich fantastisch gefühlt, wie ein neugeborener Mensch. Aber der Fliegenpilz bewirkt keinen Kater und man hat auch keinerlei Vergiftungserscheinungen davon.